Ja, hallo alle zusammen, lieber Basti, schön, dass du da bist, das freut mich sehr. Und die Frage, wie geht's dir, haben wir ja bereits erklären können, auf adäquate Art und Weise. Ach, als ob. Dein Schnuckelchen freut sich doch auch immer auf dich. So, nebenbei starte ich mal die Bottos, wobei einer gerade nicht will, wobei beide gerade nicht wollen, ok. Und ich stelle gerade fest, bei mir sind die ganzen Einstellungen der Gruppen nicht da. So, dann schauen wir doch mal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Okay, hier funktioniert auf jeden Fall gerade wieder was nicht. Ich wäre mir nicht so sicher, dass heute noch jemand dazu kommt. Eigentlich hätte der Sound kommen sollen, aber er kam nicht, oder kam der im Stream, nee, ne? Dein Begrüßungssound. Jetzt kommt der Sound. Hier kann man jetzt erst. Okay. Theoretisch müsste ich jetzt alle, die eine Klasse gewählt haben, wieder hinzugefügt haben. Gut. Lord Evil. Ja, meinen habe ich auch direkt selber gehört. Also, keine Ahnung, was das jetzt war, aber naja, ist dann so, ne? Ich habe heute auf jeden Fall Bock. Auch wenn es keine Fischis mehr gibt, habe ich trotzdem Bock. Ja, das kann sein. Mein Programm muss ja auch nur heute was machen. Sonntag muss ja der andere Vogel ran. Also, von daher alles entspannt und so. Ne? Ja, heute werden wir auf jeden Fall wieder ein paar Achievements jagen gehen. Mal schauen, ob wir ein paar kriegen werden. Ich bin gespannt. Und sonst steht heute eigentlich nicht viel an. An sich, ja, das stimmt, ja. Guter Einwand. Gefällt mir. Ist schon richtig, ja. Aber naja, ich denke heute nicht schlankfackeln. Einfach Start-Sound durchballern und dann los geht's und so. Willkommen im Digger Asylum of the Phoenix. Asylum. Asylum. It's time for the crazy livestream. Let the stream begin. Asylum. Asylum. So ist es. So, jetzt bin ich ja auch echt gespannt, ob diesmal das Ganze auch direkt beim ersten Versuch klappen wird. Oder ob sich das wieder sagt. Nee. Kein Bock. Nein, ich will kein Update machen. Danke. Ähm. Da. Das sieht jetzt nicht so aus, als... Ne. So, irgendwas ist hier falsch. Keine Ahnung, was er jetzt gestartet hat. Aber nicht das, was er starten sollte. Oh Gott. Ich konnte jetzt auch nicht so viel lesen. Und jetzt bin ich gespannt, ob unser Speicherstand noch da ist. Das sah eben nicht so sympathisch aus. Jaaa. Oh Gott. Da. Ja. Hound und Bill sind da, aber er will schon wieder meinen Controller nicht annehmen. Das heißt, wieder den ganzen Scheiß hier. Das heißt, wieder den ganzen Scheiß hier. Das heißt, noch einmal den ganzen Scheiß neu einstellen. Das heißt, noch einmal den ganzen Scheiß hier. Keine Ahnung, warum der das nicht schafft, sich das adäquat zu merken. Vielen Dank, Basti. Okay, Spielstand ist da. Easy. Ich hoffe mal, das passt von der Lautstärke her. Ich weiß gar nicht mehr, was hier beim letzten Mal abging. Das ist schon wieder so lange her. Okay. Könnte ich nicht irgendwo nachgucken, welche Missionen ich gerade habe? Ne, hier nicht. Da. Äh, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Das ist so ungewohnt, dass man jetzt nicht mehr auf Fisch drücken kann, ne? Ja. 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 Wie gesagt, es soll ja jetzt mehr Fokus aufs Fisch gelegt werden. Aber ich muss tatsächlich sagen, mir persönlich ist das Spiel zu laut. Du musst es tatsächlich leiser machen bei mir. Demolition Derby Demolition Derby Look at those beady little eyes He's got a thousand yard stare To strafe, hold down L2 or R2 while running This little guy can really move This is gonna be exciting This little guy can really move To center the camera, tap L1 Das ist super wenn's so gut ist Jetzt geht's nach rechts Nochmal noch rechts Eh, links Easy E-D orld Yeah, ああ You know Jom It can only go Without her Oh, brother! Brother, he's lighting up like a Christmas tree! Look at those beanie little eyes! He's got that thousand yard stare! Everybody hit the net! This guy's crazy! Did somebody say Inferno? Oh! Okay, folks. Time to play Luck of the Draw! Oh, ich glaube, ich denke, es ist so cool. Oh, ja, das ist so cool, Leute. The little guy's really taking a beating. Oh, brother, he's lighting it up like a Christmas tree. Okay, ich habe mich nicht mehr angegriffen. Don't believe it, folks, he survived the death course. And here to give you your prize, the lovely Miss Courtney Gears. How about that, folks? He is better looking. Do not be alarmed, Sasha. That is Ratchet. Oh, I see you won the terror guys. It's very convincing. Anyway, there's something I think the two of you need to see. Work personal log entry 101-301. After I personally vanquished the Potopet menace and revamped the Megacorp testing facility, I decided to focus my efforts on protecting the endangered creatures of the Florana jungle. But when news arrived that Dr. Nefarious had again risen to power, I knew where my true destiny lay. The training necessary to get back into tip-top shape has been exhausting. And my mind overflows with brilliant concepts. Though I still yearn for the bittersweet stench of my simian companions. The time has come to resume my duties as the greatest hero the galaxy has ever known. Captain Quark! You're not going to believe this. But the president put Quark in charge of the fight against Nefarious. Our new commander just called his first team meeting. You better get back to the Phoenix right away. With the turkey of lovers. Please, this does not sound good. GG, Busty. Hmm. Das war jetzt fies. Nudelalarm! 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 Hallo Kai! Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so ein bisschen unnötig, aber... Naja natürlich, du findest ja immer alles witzig, was unnötig ist. Okay, ich hab da oben auf jeden Fall was gesehen. Au. Aber sonst ist hier oben nix. Au. 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 Das ist nur das Gegenteil, Kai. Dann erzähl doch mal. Was ist denn etwas Unnötiges, worauf du nicht stehst? Höh! Wo haben die denn her? Da komm ich nicht hoch. Au! Au! Du aller Demokrat. Du aller Demokrat. Müssen wir noch mal das Videospiel vom letzten Mal abchecken. Vielleicht ist da noch ein Easy Achievement zu holen. Es ist allgemein traurig, was die Amerikaner von sich geben. Genauso wie das, was die Deutschen von sich geben. Was die gesamte Politik von sich gibt. Oh, den Schuss nicht gehört. Oh, das ist gut. Oh! Meanwhile, Rattriple uses extensive knowledge of the tyranoid language and customs to win the trust of the bloodthirsty alien guards. Finally, our agents will make their way to Nefarious' personal office, steal everything that is nailed down, and exfiltrate the base completely with the back end. Und dann haben wir noch solche Leute wie Kai. Wo ist der scheiß Affe? Komm her du dreckiges Affenvieh! Ich will dem Affen eine verpassen. Dieser dreckige Affe! Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Affen. Ich sage ja nichts anderes Basti, aber von Kai kommt auch jede Menge Schwachsinn. So wie von uns allen. Jaaaa. Du bist ja auch ein toller Mensch. Manchmal. Manchmal. Manchmal bist du auch noch tollerer Unmensch. Oh. 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 Manchmal. Mutual. Manchmal. Manchmal. Fox2. Infle sour torice. Bill 401. Letzter. Manchmalz. works wird bis showed suckers. Okay, ich formuliere es um. Meistens ist Kaihug ein Unmensch. Oh, Basti hat noch Schlüssel zum Auge gebrauchen. Du hast wenigstens was ordentliches rausgekriegt, ich habe gerade nicht aufgepasst. Wow, das ist wirklich was gutes. Das ist das zweitbeste Item, was man kriegen kann. Und ich glaube sogar mit einer sehr hohen HP Summe. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo gar nicht vergessen. Nee. Der gerade wirklich mit seinem Dreckschädel einen Schuss abgefangen. Oh, das ist doch was Nices. Ich meine 900 HP mehr, das ist als Boss schon stabil, würde ich mal sagen. Der ist zu niedrig, ich war zu hoch. Heilige Makrele. Oh. Oh. Okay. Okay, erinnere mich mal gleich nach der Runde hier, dass ich einen Schlüssel hinzufüge. hierzu. Okay. Hih. Ich muss mir gleich angucken, warum das nicht funktioniert. Ja. So, Bot, warum geht das jetzt nicht? So, Bot, warum geht das jetzt nicht? So, Bot, warum geht das jetzt nicht? Okay, was für eine Karte hast du eingelöst? Wie viele Prozente hatte die? Also das ist jetzt gerade das Relevante. So, was für eine Karte hast du eingelöst? So, was für eine Karte hast du eingelöst? So, was für eine Karte hast du eingelöst? Okay, ab jetzt müsste das funktionieren. Das Stream Heroes das Falsche gepostet hat. Das Stream Heroes sollte nicht Rufzeichen Key 3 posten, sondern Rufzeichen Key 99 100. Das ist ja nicht so. So, was für eine Karte hast du eingelöst? So, was für eine Karte hast du eingelöst? Das ist ja nicht so. So, was für eine Karte hast du eingelöst? Ja. So, was für eine Karte hast du eingelöst? Sie sind ja auch nicht so. So, was für eine Karte ist der Karte? So, was für eine Karte ist das Karte? Es kann durchaus sein, dass es daran liegt. Da habe ich noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Okay, jetzt geht's das Fancy-Stum. Press X while I'm in the air near a wall to see my awesome wall kick move. Barbecue time! Oh. Piches. And I'd also like to play the game for everybody. Okay, wait, see what I can do. Okay, let's have a game. Okay, let's go. Piches. Here we go. Come on, you wait. A duro. I won't go. Okay. Kauo! Come on! Ja, schwer zu sagen. Sonst, du kannst auch die Kategorie hier bei Twitch, stell die mal bitte auf Retro um. Sollte es eigentlich geben? Und dann kann man ja gucken, ob dann... Einen habe ich übersehen? Echt jetzt? Ja, schau mir mal. Ja, schau mir mal. Ah, unsympathisch. Hm. Okay. Okay. Ich mag Flammenwerfer. Okay. 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 Guess I should do. Right? Das war's für heute. Oh lol, okay. Das heißt, 10 sind schon mal geklärt. Fehlen mir noch 11. Das heißt, 10 sind schon mal geklärt. Da oben. Okay. Dann noch einer. Ja. Weil ich nicht weiß, wo ich den vorhin übersehen haben könnte. Okay. 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 Ich hab's gefunden. Aua. 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 Das ist hinterhältig die Stelle. Ah. Da ist nichts mehr oben. Okay. 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 So. 21 noch. Das ist nicht gut. Okay. 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 So. 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 Das heißt, hier sind wir wieder einen Schritt weiter. Wir haben wieder jede Menge Geld zusammen. Oh. Könnten wir ja theoretisch was einkaufen, oder? Ich glaub ne Rüstung hab ich mir beim letzten Mal gesnackt. Ja, da ist keine mehr. Ich hab nicht genug Geld. Das Ding will ich haben. Wie viel Geld hab ich? Ist das nicht irgendwo exist... Da. Mir fehlen noch 7000. Na dann, gehen wir mal weiter. Wie gesagt, kann auch sein, dass es an den Kategorien liegt. Aber Twitch hat in letzter Zeit auch einige Fehler mit API-Verbindung und so weiter. Klank, Bubby, du machst mich! Entschuldigung? Ich versuche eine Bilder hier, und Herr Big Shot Star ist nicht woanders zu finden. Ich bin jetzt mit der Missionen der Galaktik-Securität. Genau, genau, ich verstehe. Du willst ein größer Trailer? Done. Du willst ein Daily Oil-Massage? Done. Ich brauche mein Star auf dem Set pronto, capis? Uh, du bist... Uh, breaking up. You know, I can see you, Weasel-Boy. Oh, yeah? How about now? He'll figure something out. We've got work to do. Und jetzt macht das auch Sinn, warum ich immer weniger Stream-Heroes-Energie habe, wenn das schon öfter der Fall war. Warte mal, hier ist jetzt doch irgendwo was anderes. Ah! Das war das Ding hier, ne? Ja. Skid? Was machst du hier? Mein Kodename ist Shadow Dude, bro. Black Ops sind meine S-specialität. Ich dachte, Sie können mir meine Hilfe nutzen. Uh, danke, Shadow Dude. Aber ich glaube, wir haben das hier verstanden. Okay, ich nehme meinen Hacker und zurück in den Land. Hacker? Oh, well, you know, on second thought, I think we'd like you to join the mission, Shadow Dude. Awesome! This is gonna be sick! Okay, so we're gonna be sick. Wow! 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 Boah! Das war's für heute. Alles klar Kai, dann viel Spaß, vermeide Verletzungen und so, du hast einen Drang dazu und dann geht man sich die Tage wieder auf den Keks. Das war's für heute. 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 So lange hier wenigstens einer Spaß hat, reicht mir das. Ja doch, das schon. Aber wie geht's dann um den Aspekt, dann könnte ich's halt auch ohne Streamen machen, weißt du? Das war's für heute. Und moin TS Gamer. Ja, vielen guten Abend, wie geht's dir? Das war's für heute. Ja, mir geht's soweit auch ganz gut und mein Tag war eigentlich entspannt. Okay. Endlich Wochenende. Urlaub. Was will man mehr, ne? Wo ist denn jetzt dieser Scheiß? Wusste ich doch, was hier unten was ist. Und jetzt halt ein bisschen gemütlich. Das ist wie Merinon. Das war's für heute. Es wurde jetzt hier noch knapp. Ich bin fast tot und so. Ich könnte ein paar Lebenskisten gebrauchen. Aber hier sind gerade keine. Sorry. Auf wenigstens kriegen wir Bolz zusammen. Das war's für heute. Ich bin fast tot, was er jetzt kommt. Jetzt ist es hier noch mehr. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Was ist das? Ich bin fast tot. Du bist so gut. 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 Und gerade noch ein Achievement abgestaubt dafür, dass wir 25 Leben haben. Nice. Da hinten ist ein Bolt. Komme ich da ran? Es sieht irgendwie so aus, als würde ich da rankommen. Yes. Yes. Oh. 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 Cool. Das war ein Achievement. Einfach nur, dass ich Geld gesammelt habe. Weil ich unter Wasser Kisten kaputt mache. Geil. Oh. Okay. Das war verdammt knapp. Und mir geht langsam das Leben aus. Das Ding jetzt schon auf Level 4? 3. Aber das Ding wird jetzt immer stärker. Uiuiui, wo kommt der denn her? Der hat mich jetzt überrascht. Das sind nur Kisten. Da kommt jetzt die Cutscene. Dafür, dass das ein PS2 Game war, sieht das halt schon nice aus. Ja. Ja. Das denke ich auch. Das finde ich halt schon erstaunlich. Und das Spiel hat damals auf eine einfache PS2 Disc gepasst. Das muss man halt auch so sehen. Das Ding. Das will ich auch haben. Das muss ich nehmen. Habe ich jetzt gerade ein Archiv mitbekommen? Ich glaube ich zocke privat dann noch den ersten und zweiten mal durch. so welches ist jetzt der richtige Weg? Das da? Sieht gut aus. Worauf hast du nicht geachtet? Achso. Achso. Ja. Das sah halt so aus. Ja. 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 Also ist das Zeit für die Tera, die Leute und gehen zu treffen. Ja. Das ist doch nicht. Ich werde dich helfen können. Vielleicht sollte man das instruktional. Es war schön, Ratchet. No monkeying around. Hm, monkeying. Ahem, we are on an important mission. Blank, that little sucker will chase bananas any place you shoot them. Give it a try. Hm, hm. Hm? Oh, man. Ach ja. Ich hab das ja geändert. Hab ich total verplant, dass ich das ja geändert habe. Ich hab das ja geändert. Hm. Hecht. Ratchet, I need you to extend the bridge at Junction G5. Oh yeah! ... ... Oh, 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 oh. Mensch, jetzt war Basti hier aber richtig hochgeheilt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I love those little guys. To give them command, just... Okay. 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 Das war's für heute. Es sei dir auch mal gegönnt, dass du Boss bist. Schicksal. So kriegst du mal ein paar XP. Du bist stärker. Oh. 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 Okie dokie! Hier sieht man jetzt ein bisschen, dass es älter ist. Das war das hier! Spannend! Hier konnte man Geld abgreifen. Und gut, Level so ein bisschen. Spannend, ne? Denk dran, das ist ein Kinderspiel. So, jetzt habe ich natürlich wieder keine 60.000. Oh, das Snipergewehr ist auch schon da. So, aber ich mache an der Stelle mal ein kurzes Päuschen. Und dann gehen wir hier mal ein bisschen durch die Kerne an dieser Steal. Und dann geht's noch mal ein bisschen. Und dann geht's noch mal ein bisschen. Und dann geht's noch mal ein bisschen. Ich brauche jede Menge Geld. Alles klar Basti, bis gleich. Alles klar Basti, bis gleich. Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo Tubby, schön, dass du da bist. Wie geht es dir, wie war dein Tag? So, mir geht es soweit auch ganz gut. Okay, von der Seite geht der nicht auf. Und wie weh, Basti. So, wie geht es dir? 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 Oh, wie komme ich hier jetzt adäquat wieder raus? So nicht Ok, ich bin jetzt wieder rausgekommen auf diesem Wege, aber Na, nicht ganz Okay, ich bin jetzt Das war's für heute. Wir haben da jetzt gleich wieder ein dickes Monster raus. Ja, dann war es wirklich ein Verbindungsproblem zwischen Stream Heroes und Twitch. Naja, wenigstens funktioniert's jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Spassi hält sich gut am Leben, muss ich sagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Gerne, Basti. Oh, weiß ich doch. Hey, Gremlins sehen cooler aus. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde mein Gremlin als Haustier halten. Doch, ich wasche ihn dann und schicke alle, die entstehen, zu Tabi nach Hause. Halte Seite, okay. Achso, okay. Wenn du so wenig von mir hältst, dass du dann umziehen musst, weil ich weiß, wo du wohnst. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Waffe hier. Ich hab noch einen Schuss. Ich hab noch einen Schuss. Ich hab noch einen Schuss. Aber mein Nano-Level steigt. Da hinten haben wir wieder Kristalle. Ich hab noch einen Schuss. Oh. 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 Oh, das Moment. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Da ist wieder ein Kristall. Ich mag diese Geschütze. Wieso denn GG? Was ist passiert? So. Ja. Das ist erstaunlicherweise immer die Schrotflinte, die bei mir die Schrotflinte als erstes gemakst ist. Das Problem ist, ich habe mich jetzt verlaufen. Hier war ich schon mal. Alter, find du dich immer zurecht, Vibe. Da geht es nicht hoch. Oh! Oh! Was ist das? Was ist das? Das ist das, was ich schrotz. Wie geht meine Bewaffnung aus? Da gehts gleich rüber. Das sowieso Basti, das sowieso. Mein kleiner Waffenhändler wäre jetzt echt was Nettes. Was ist das? Was ist das? Da ist gleich ein dickes Monster. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, da ist er gespawren. Oh 52.000, das reicht weder für das eine noch für das andere. Was ist das? Alles klar Basti, viel Erfolg. Was ist das? 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 Die! 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 Okay, der geht von der Seite hier nicht auf. Die! 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 Und sonst, Tubby? Erzähl doch mal ein Schwank aus deiner Jugend. Interessant. Ja, weiß ich nicht. Es ist deine Jugend gewesen. Und nicht meine. Ja. Hm, okay. Ist ja spannend. Ja. Dann gehen wir mal zurück auf unser Schiffchen. Nach dieser kleinen Grind-Phase. Ja. Ja, Janice. Du bist immer der Liebe meiner Leben. Ja. 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 verrückten Wissenschaftler. Hm. Vielleicht ähnlichkeiten, ne? Hm. Vielleicht ähnlichkeiten, ne? Next, Ratchet will take the assault vehicle from the dropship, make his way to the four plasma cannon turrets, and destroy them. Once the turrets have been knocked out, Ratchet will personally lead the assault on the main enemy base. Alright, let's get to it! Yes, you there in the front. Uh, yeah, hi. I was just wondering, what are the rest of you gonna be doing while I'm down there getting blasted? We'll be monitoring the situation. Closely! From here. Actually, we'll be down at the lunch buffet on Deck 5. It's Meatloaf Day. But we'll be rooting for you every step of the way. Yeah, ma'am. We got your back. Yeah! The plan is excellent! Skid, can you hear me? Sorry, I'm busy. I want that report on my desk by 0800. Not gonna happen, dude! Oh, I'm busy. A new suit of armor is available at the Gadgetron Armor vendor. Ratchet. That new armor suit for sale at the vendor is constructed from Ionized Adamantine Alloy. That's one of the hardest substances in the galaxy. But I suppose you already know... Excuse me, I'm busy. Okay. Ah, der neue Haustür-Schlüssel. Okay. Ach, hier verschwinden jetzt zwischendurch immer die Plattformen, ne? Ja! Okay. 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 Uuuuuy! Yep, hab ordentlich Geld mitgenommen, aber nicht genug. Das war's für mich. Ich brauche noch mehr Geld. Ah, das ist jetzt der Kopf. 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 Ich habe das Gefühl, das funktioniert heute nicht. Warum auch immer. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Twitch heute allgemein Probleme mit der API hatte. Ich weiß es nicht. Aber dann geht hier. Sicher war es. Ja, es hat definitiv funktioniert. Auf jeden Fall, das war sehr lustig. Das habe ich gerade getan im Zuge dessen, dass ich nachgeguckt habe, was da los ist. Aber danke fürs Aufpassen, Basti. Ich weiß es nicht. So, damit müsste ich hier jetzt alle haben. Ah ne, hier ist noch was. Ich glaube tatsächlich, da hast du recht. Altavi hat über das Handy Tablet keinen Zugriff auf die Mod Ansicht. Und bei den anderen, gut. Bei Kai würde ich noch darauf tendieren. Sonst schwierig. Ah. Sieh es mal so, es gab eine Zeit, da habe ich teilweise 80 von den Belohnungen abarbeiten müssen. Das ist auch alles in Ordnung, Tabi. Ja, feiner Lombi. Ach, meine Peitsche hat gerade ein Level abgemacht. Das hat die Farbe geändert. Schöner ist halt, wenn die Waffen ableveln, kriegen die mehr Munition. Das finde ich hier halt sehr nice geregelt. Ich kann dich da verstehen, Basti. Ja, das ist ja schon mal. Ich kann dich da sehen. Ja, das ist ja schon mal. Ich kann dich da sehen. Und moin Andreas, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Mir geht's soweit auch ganz gut. Wochenende, Urlaub. Hier gab's noch einen Titanvolt. Wie war denn der Start ins Wochenende? So, hier haben wir jetzt alle durch. Ich meine, da war eigentlich auch ein Archiv mit verbunden, aber... Von den Trophäen habe ich hier noch gar nichts. Die Tür geht dann noch nicht auf. Oha, Tabby. Nächste Woche wird nice, so viele Streams. Die Flux-Rifle ist ein guter Weapon für snipen. Die Flux-Rifle ist ein guter Weapon für snipen. Wo ist die Flux-Rifle? Die Flux-Rifle ist ein guter Weapon für snipen. Ist doch alles gut, Turbi. So, gehen wir jetzt mal dahin, noch ein bisschen Geld abstauben. Und ich denke mal einen Planeten machen wir dann heute noch. Dann kann ich im Anschluss Offscreen noch ein bisschen winden. Ich möchte nämlich eigentlich gerne noch die nächste Rüstung. Natürlich stelle ich mich vor die falsche Tür. Habe ich den nicht vorhin schon gemacht? Ja, da komme ich jetzt so nicht hoch. Okay. Okay. Das war's für heute. Oh, wieder 3000 abgegriffen. Ach du Scheiße. Rechts. 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 Oh! Und wieder ins Ziel. Nicht, dass ich wüsste, wieso. Ach so, ja. 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 Wenigstens zwei sind unten angekommen. Ach so, ja. Ach so, ja. Okay. Meine komplette Einheit wurde zerfetzt. WB Basti. Und auf welches Ergebnis bist du gekommen? Okay. Okay. Und? Oof. Oof. Oh, das ist ein stolzes Sümmchen. Lass mir ja mal per PN schicken, was du da drin verbaut hättest. Da wäre ich ja schon so ein bisschen neugierig. Da wäre ich ja schon so ein bisschen neugierig. Oh, fuck. Alles klar. Oh, fuck. 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 Oh my. Oh, fuck. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich hab schon wieder meine Truppen verloren. Oh, ich hab schon wieder meine Truppen verloren. Aber wir kriegen wieder ein bisschen Geld zusammen. Das find ich cool. Okay. 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 Warum postest du das jetzt zum Spieladventures? Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Poof! 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 Das war's für heute. Jetzt hängt das hier zwischendurch mal ein bisschen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ich hier führe, bin ich gerade irgendwie gefühlt? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Alles klar, Basti. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Und Nummer 3 von 4 ist Schrott. Das war's für heute. So. I love's for heute. away. I see it so much. I'll open it. bei軽Viligen. Nope. Das war's. Letztendlich habe ich echte Probleme. Das war's. So, das Ding ist jetzt auf Level 2. So, das war's. 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 Okay. Okay. So, das war's. 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 Bist du scheiße? Ja, das Ding habe ich schon verpasst, das hier wird ätzend, das hier könnte ich noch nachholen, glaube ich. Das hier habe ich verpasst, boah, da ist noch eine ganze Menge vorhanden, aber gespeichert habe ich. Ja, haben wir doch heute wieder einen unterhaltsamen Stream miteinander gehabt. Sonntag geht es ja weiter mit dem guten Deddy. Mal schauen, was der Kandidat dann so vorhat, außer ein bisschen in Weng versagen. Und ja, sonst, das war's heute von mir, von meiner Seite aus. Ja, genau, Basti macht mit. Basti ist ein braver Lumpi und damit, ja, ich schaue mal, wo ich euch hinschicken werde. Ihr seid ja nicht mehr allzu viele. Ja, feiner Lumpi. So, ich frage mich jetzt immer noch, macht's, hauenst, damage? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Okay, da haut irgendwas noch nicht hin. Verstehe, dann muss ich mir das nochmal... Das sollte nämlich eigentlich auch damage machen. Da werde ich dann auf jeden Fall nochmal reinschauen. So... Ach, weißt du was? Wie meinst du, dass du kannst deine... Ja, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Das funktioniert heute nicht. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Soundeinblendungen über Kanalpunkte sind heute alle put put. Der Typ hat einen Bart. Der sieht sympathisch aus. Da werde ich euch hin. Der hat einen Bart. Das reicht mir. Das ist Grund genug. Der hat einen Bart. Also geht gerne mit. Da ist auch Retro angesagt. Und dann hören wir uns Sonntag wieder. Bis dahin. Schausen mit Fausen. Ihr Kunst bei Narosen. Das hat die Untertitelung des ZDF für funk, 2017